Oh nein! Tja, oh nein zum schwarzen Loch, oh ja zur Beta 3 von iOS 14, die ist eben rausgekommen. Ich bin heute mal ganz aktuell und habe die sofort installiert und mir angeschaut. Und ja, es gibt einiges zu sehen und zu entdecken. Also erstmal hier Downloadgröße 675,4 MB auf dem iPhone 7, wo ich das ja hier installiert habe. Und ja, nach der Installation oder vor der Installation hatte ich 42,33 GB frei und hinterher waren es, ja, habe ich ganz vergessen zu schauen. Schauen wir mal, 42,33, einmal im Kopf behalten bitte, tauschen Rechner raus und wir haben jetzt noch frei, oh, 51,07, also da wurde mal ordentlich was freigeschaufelt von irgendwelchen Daten, die noch irgendwo da rumlagen. Ja, sehr schön. Also, aber wir gehen direkt mal auf das Oh nein ein. Ja, oh nein, hier war mal, da unten drunter steht es noch, mein Wetter Widget und das ist weg. Das funktioniert nicht mehr, auch wenn ich drauf tippe und Apple hat das aktuell komplett entfernt hier in der Beta 3. Denn wenn ich jetzt hier mal in den Wackelmodus reingehe und dann auf das Plus, um ein neues Widget hinzuzufügen und wir suchen mal, na wo ist es denn das Wetter Widget? Ja, es ist weg. Also Apple hat es mal mit Sicherheit nur vorläufig entfernt und dafür kann ich aber noch das News Widget hier hinzufügen, was ich bei anderen jetzt schon gehört habe, bei denen wäre das News Widget verschwunden. Also irgendwie merkwürdig, merkwürdig. Also bei mir aber, das Wetter Widget ist weg. Dafür gibt es aber ein neues Widget, die Uhr World Clock und wenn ich da mal drauf gehe, dann sieht man, was man für Möglichkeiten hat. Einmal hier vier Uhren nebeneinander im großen Widget oder eine ganz große Uhr. Das finde ich cool. Füge ich gleich mal hinzu oder eben ja vier Uhren in diesem Quadrat. Ja, also kann man dann hinzufügen. Ich muss aber erst mal hier Platz machen. So und wir nehmen einfach mal hier diese große Uhr. Die finde ich ja schon irgendwie ganz nett stylisch. Also wenn man nur eine Zeit braucht, dann gibt es jetzt hier die große Uhr und hier sieht man es auch. Sie läuft synchron mit der kleinen normalen Uhren App mit und wenn man drauf geht, landet man natürlich hier in der ganz normalen Uhr. Und wenn wir schon mal drin sind, können wir hier auf die Wecker mal gehen. Da gibt es auch was Neues. Da hat sich die, ja hier die Schrift geändert. Ist alles jetzt größer und deutlicher zu lesen und hier mit fetter Schrift. Also da gibt es dann auch eine kleine Designänderung. Die finden wir auch in der Musik App. Und ich habe ja hier das Widget. Hier kann man es sehen. Das hat jetzt eine neue Farbe bekommen und ist so rot-pinkig irgendwie geworden. Und so sieht eben auch das normale oder die normale App aus. Und die sehen wir hier zum Beispiel. Also die war ja vorher so weiß hinterlegt und so ein bisschen regenbogenfarbig dann die Note. Und jetzt ist es eben ja rot-pinkig mit weißer Note. Was gefällt euch besser? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich finde eigentlich, hatten wir nicht schon mal hier sowas, dass die rot-weiche? Bin mir gar nicht ganz sicher. Ich finde es aber so optisch, ganz schön. Doch, ist mal was anderes. Manchmal ist ja einfach nur die Veränderung schon was Nettes. Ob es jetzt wirklich besser, schöner oder toller ist, ist mal dahingestellt. Gehen wir mal flott in die Musik App rein und da gibt es auch was Kleines, Neues. Und zwar, wenn ihr in eure Mediathek geht, gibt es ja hier mal diese Kategorien. Playlist, Künstler, Alben, Titel. Und da gibt es jetzt hier auch neue Symbole neben der Schrift. Ja, Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit zu erklären hat Apple wohl auch, denn sie haben einige Splash-Screens oder so Erklärkarten hinzugefügt. Zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal hier in diesen App-Drawer reingeht, also die App-Library, dann bekommen wir hier eine kurze Erklärung, was das ist und was man da machen kann. Wir bekommen eine Erklärung, wenn wir in die Widget-Ansicht gehen, also auf dem Home-Screen einmal nach rechts wischen auf der ersten Seite, dann gibt es hier den Hinweis, Refreshed Widgets, Press and Hold a Widget to reorganize them in Jiggle-Mode. Das ist lustig, dass sie das auch mal Jiggle-Mode nennen. So heißt ja dieser Wackel-Modus auf Englisch, aber Apple hat das so noch nie genannt bisher. Tap the Plus in the top left to add a Widget. Also sie erklären, wie man hier Widgets hinzufügt. Ja, ist ja auch was Neues, dass man das auch nochmal schnallt. Dann kann man ja den Home-Bildschirm bearbeiten und das kann man dann hier mit diesen Punkten und ich zeige es euch nochmal kurz. Dafür gehen wir in den Wiggle-Modus, wie Apple das ja jetzt auch nennt. Dann gibt es ja hier unten die Punkte, wo man die verschiedenen Home-Screens sieht und man kann ja da auch Home-Screens dann ausblenden. Gibt es ja hier die Möglichkeit und das wird jetzt alles hier mal ein klein wenig mehr erklärt von Seiten Apples. Und ja, kann man machen. Wieso nicht? Das sind so noch diese Neuerungen. Aber was gibt es denn Neues beim Geekbench? Haben wir außerdem noch einen Performance-Boost vielleicht bekommen? Naja, wir schauen mal rein. Ich habe ihn eben laufen lassen, noch gar nicht die Werte verglichen. Wir haben hier im Geekbench 4, 3305 im Single-Core und 5589 im Multicore. Und wir vergleichen mal mit der Beta zuvor und sehen, ja, schon wieder diese Schwankung. Über 200 Punkte verloren im Single und wow, über, naja, sagen wir doch, gute 500 Punkte im Multicore. Hm, also performancemäßig schwach. Zumindest mal im Geekbench 4. Schauen wir uns mal den Geekbench 5 an. Da sieht die Welt ja oft schon ganz anders aus. Hier die einzelnen Werte. 734 im Single-Core und im Multicore 1.312. So, nochmal auch hier flott vergleichen. Und wir sehen, ja, auch hier im Single haben wir etwas verloren. So etwa 40 Punkte. Und im Multicore, ja, haben wir auch verloren. Da waren es vorher 1.426, jetzt noch 1.312. Mensch, Apple. Also, in dem Update haben sie sich mal gar nicht auf die Performance konzentriert, sondern auf ganz andere Sachen. Ich finde es aber doch äußerst merkwürdig. Muss ich irgendwie schon sagen, dass sie hier ja Widgets entfernt haben. Also statt neue hinzuzufügen einfach. Aber vielleicht haben sie einfach nur gedacht, wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht gibt es ja, wenn das Wetter-Widget wieder erscheint, dann auch so eine schöne animierte, das wäre doch mal cool, animiertes Wetter in dem Widget. Das wäre mal was, Apple. Ansonsten, ja, wären das so die Änderungen gewesen, Freunde, die ich so auf die Schnelle hier entdecken konnte. Neue Widgets, ein paar Änderungen hier, ein paar Änderungen da. Apple arbeitet fleißig weiter an den Betas. Und die Beta hier kamen jetzt zwei Wochen und einen Tag nach der letzten Beta, also der Beta 2 raus. Wir sind also im Zwei-Wochen-Zyklus drin aktuell. Das heißt, in zwei Wochen erzähle ich euch dann, was es noch so Neues gibt aus einer riesigen Uhr. Vielleicht kommt ja dann auch wieder das Wetter-Widget und noch mehr dazu. Wir lassen uns überraschen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020